Unsere Reporterin hat sich im Osten Deutschlands umgesehen, genauer in Weißwasser, einer Kleinstadt in einer eher strukturschwachen Region. Zweieinhalb Jahrzehnte haben noch dort vieles verändert. Weißwasser zu DDR-Zeiten und Weißwasser heute. In den vergangenen 25 Jahren hat sich hier einiges getan. Die Häuser sind saniert, Straßen erneuert. Und trotzdem wollen nur noch wenige Menschen hier leben. 35.000 Einwohner hatte Weißwasser einst. Das war allerdings vor der deutschen Wiedervereinigung. Heute gibt es nur noch 17.000 Einwohner. Diesen massiven Bevölkerungsschwund, den beobachtet man im Rathaus hier hinter mir mit einiger Sorge. Und der Bürgermeister, der hat beschlossen, genau dagegen anzukämpfen. Oberbürgermeister Thorsten Pöth will seine Stadt lebenswerter machen. Ein Termin mit dem Personalchef des örtlichen Glasherstellers, einem der größten Arbeitgeber in Weißwasser. Der Oberbürgermeister spricht hier schon mal persönlich vor, wenn es darum geht, jemandem, der neu in Weißwasser ist, einen Job zu verschaffen. Und da ist eben die Frage, ob sie sich die Bewerbung mal anschauen können, ob es vielleicht ein Mitarbeiter für die Zukunft bei ihnen wäre. Für Thorsten Pöth ist jeder potenzielle Arbeitsplatz wichtig. Denn nur wenn wieder Menschen nach Weißwasser ziehen, kann er seine Stadt vor dem Aussterben bewahren. Wir wollen natürlich die Infrastruktur, die wir haben, also eine Bibliothek, eine Schwimmhalle, einen Tierpark, ein Museum, aber auch Freizeitmöglichkeiten in Form von Thronhallen, von Vereinshäusern im Bildungsbereich, wie die Stationen, die Naturforscher und Techniker. Ja, sowas soll erhalten bleiben und das kann ich nur erhalten, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Personen auch habe, die das rechtfertigen. Vor allem junge Menschen und Familien will der Bürgermeister nach Weißwasser holen. Tatsächlich hat die Stadt in den vergangenen Jahren neue Bewohner dazu bekommen. Oft sind es die Menschen, die Weißwasser einst verlassen haben und sich jetzt entschieden haben, zurückzukommen. Jens und Jana Finteisen wohnen mit ihren beiden Kindern erst seit wenigen Monaten wieder in Weißwasser. Beide haben hier Arbeit gefunden. Nach der Ausbildung waren sie nach Hamburg gezogen. Immer mit dem Wunsch, irgendwann zurück in die Heimat zu kommen. Wo wir hochgegangen sind, war von vornherein schon klar, über kurz oder lang wieder zurück. Wenn alle Möglichkeiten passen, sprich, dass wir beide eigentlich Arbeit haben, das war eigentlich Voraussetzung. Genügend Kita-Plätze, geringere Lebenskosten, auch das hat die Finteisens überzeugt, wieder nach Weißwasser zu ziehen. Geht es nach ihnen, bleiben sie hier noch viele Jahre. Rassel, rassel, rassel.